Hm, ja, wie ich meinen Mann erzähle, also ich sage zu ihm, du, Rüdiger, wir müssen mal miteinander reden, ja. Ich bügel deine Hände nicht mehr, ja, wirklich, also ich sehe am ersten Tag nichts, ja, ich sehe am zweiten Tag nichts. Ja, am dritten Tag, ja, siehe da, er bügelt seine Händen, ja, und meine mit dazu. Randy, wirklich? Aber ich sage zu meinem Mann, ja, ich sehe nichts mehr, bitte, du leckst, d'accord. Oder du schläfst allein auf die Couch und machst L'Amour mit dir selber. Was hat die gesagt? Ich sehe am ersten Tag nichts, ich sehe am zweiten Tag nichts, dritten Tag. Voila, er pützt die Clue. Okay, pass auf, ja, ich sage zu meinem Mann, Mehmet, ey, ich nix koche, ich nix bügle, ja, ich nix putze, nix Böreng mache, ja. Na, erster Tag, ich sehe nix, zweiter Tag, ich sehe auch nix, dritten Tag, hoho, voila, ich sehe wieder mit meinem linken Auge, hoho. Teşekkür, Rederin. So, die erste Einstellung, Ingrid, ja, ähm, 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 okay, also, bitte. Hm. Warum kriege ich das nicht mehr so hin? Kamera läuft, bitte. Mit dazu. Ich bin wieder zu schnell, ja. Kamera läuft und bitte. Das war jetzt überhaupt nicht gut, das war ja schlimmer wie vorhin. Kamera läuft, bitte. 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 Voila, er pützt die Clue. Kamera läuft? So, ein bisschen französisch. Und langsam, sobald los mit selbstzeit. Ja, mag ich? Okay, Kamera läuft. Okay. Ruhe und bitte. Und bitte. Immer ich bereit, ich, äh, 37, äh, bitte, bitte. Er pützt die Clue. Voila, das habe ich falsch gemacht, nochmal. Kamera läuft, ey. Ich kann wieder sehen mit linker Auge. Schon wieder falsch. Warum? Mit linker Auge. Schon wieder, wieder. Ich habe es mir Börek mache und ich bin scheiße, weil ich habe schon wieder falsche Tests gemacht. Aua, ich sehe wieder mit meinem linken Auge. Toll war es nicht, aber... Es war nicht so wirklich, aber... Ja. Also schon überwiegend so, dass du mich so siehst, oder wie? Ja, ja, ja. Ach, egal. Voila. Hiss der wieder mit meinem Auge. Haben Sie genug? Perfekt. Hiss der wieder mit meinem Auge.